Hallo liebe Weggefährten, ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr könnt mich nicht nur hören, ihr könnt mich auch sehen. Ja, das haben wir uns so ausgedacht, dass wenn man eine Podcast-Folge aufnimmt, ja man auch gleichzeitig eine Videokamera mitlaufen lassen kann. Und wer mehr von mir sehen möchte, der kann hier unten auf meinen YouTube-Kanal, was für ein schweres Wort, oder? YouTube-Kanal klicken und mir folgen. Hier seht ihr ganz viele tolle, spannende Videos von und mit mir. So, aber jetzt zur Podcast-Folge. Ängstliche Hunde. Habt ihr einen ängstlichen Hund? Oder habt ihr vor, einem ängstlichen Hund ein neues Zuhause bzw. euer Herz zu schenken? Wollt ihr wissen, wie ihr am besten mit einem ängstlichen Hund umgehen könnt? Was braucht ein ängstlicher Hund? Braucht ein ängstlicher Hund ganz viel Fürsorge? Braucht ein ängstlicher Hund mehr Rückzugsmöglichkeiten? Sollte man einem ängstlichen Hund sofort alles bieten, was er braucht? Oder sollte man es eher ruhig angehen? Ich habe gelernt, bei ängstlichen Hunden ist immer eins von Vorteil, Geduld. Ja, tatsächlich, Geduld. Ängstliche Hunde brauchen viel Geduld, Liebe, Konsequenz und die nötige Zeit. Wenn ein ängstlicher Hund bei euch zu Hause in euer Herz einzieht, dann verhaltet ihr euch bitte völlig normal. Es hilft dem Hund, wenn ihr in eurer Energie bleibt. Heißt, wenn ihr ein selbstsicherer, positiver Mensch seid, ja, dann strahlt das auch weiterhin aus. Auch, wenn ein Hund an eurer Seite ist, der jetzt eher sehr ängstlich ist. Wenn ihr dann auch noch anfangt, ängstlich zu werden und nur noch so zu sprechen, dann verunsichert ihr euren Hund, weil ihr seid nicht mehr authentisch. Versucht ganz normal zu sprechen, so wie immer. Ruhig, ausgeglichen, macht euch eure Musik an, singt, tanzt. Macht auch den Staubsauger an, lasst die Waschmaschine und den Trockner laufen. Alles ist völlig normal, so wie immer. Wenn euer ängstlicher Hund dann zwischendurch schon mal irgendwo sitzt oder steht und guckt euch an und sagt so, oh, das ist aber alles neu hier, dann geht nicht hin und macht den Fehler und sagt eurem Hund, ja, ist alles neu hier, ist laut, das ist das Radio, das ist die Waschmaschine. Du brauchst keine Angst zu haben. Also ich finde, dieser Satz fällt ja häufig bei Menschen, die einen ängstlichen Hund haben. Die Menschen gehen dann zu ihrem Hund hin und sagen, du brauchst keine Angst zu haben. Das verunsichert unsichere Hunde. Und wer sich nicht ausreichend auskennt mit ängstlichen Hunden, der kann dann nochmal zusätzlich Öl ins Feuer gießen. Also bleibt bei euch, wenn ihr einen ängstlichen Hund in eurer Nähe habt. Gebt eurem neuen Familienzuwachs einfach die Zeit. Habt Geduld. Übt euch in einer konsequenten, liebevollen Geduld. Stülpt bitte keine Käseglocke über euren Hund und behandelt ihn, als wäre er nicht mehr ganz sauber. Ja, ein Hund, der schlechte Erfahrungen mit Menschen gesammelt hat, braucht Zeit, um sich wieder an Menschen zu gewöhnen, um eben wieder Vertrauen aufzubauen. Das kann er aber nur, wenn er eure positive und ausgeglichene Energie verspürt. Also packt den Hund nicht in so ein Schutzmäntelchen und lasst ihn nicht mehr am Leben teilhaben. Auch ihr solltet euch frei bewegen. Nehmt euren Hund, wenn ihr auf Spaziergänge geht, mit zu Artgenossen. Nehmt ihn mit zu Freunden. Ja, geht mit ihm auch schon mal in die Stadt. Nicht von Anfang an, wenn er überfordert ist, sondern Stück für Stück lernt der ängstliche Hund, mit den neuen Gegebenheiten zurecht zu kommen. Hier ist eines immer ganz, ganz wichtig. Bitte sichert euren ängstlichen Hund doppelt. Einmal mit Halsband und mit Geschirr. Am besten immer mit beidem. Ich habe schon Fälle erlebt, wo ein ängstlicher Hund, der gerade neu in der Familie war oder neu bei seinem Hundehalter, dass der abgehauen ist durch eine Stresssituation und dann Schlimmes passiert ist. Denkt immer daran, dass ihr euch zwischendurch zu Hause hinsetzt, eure Lieblingsmusik anmacht und vielleicht in eurem Buch lest. Ja, macht einfach das, was ihr immer macht. Es hilft schon mal, wenn ihr euren Hund gar nicht beachtet. Weniger ist da mehr. Ich weiß, man meint es dann immer gut und man will dem Hund natürlich ein ganz, ganz tolles Zuhause geben, aber lasst ihn bitte erst mal ankommen. Ich erlebe immer wieder Hunde im Tierschutz, die von ihren neuen Menschen einfach schlichtweg überschüttet werden. Mit zu viel Spielzeug, Liebe, Körbchen, Leckerchen. Lasst die Hunde bitte erst mal ankommen, in Ruhe. Legt ihnen ein T-Shirt von euch ins Körbchen. Ja, ein getragenes T-Shirt, damit die Hunde sich an euren Geruch gewöhnen, damit sie Vertrauen schöpfen, damit sie Vertrauen aufbauen können. Setzt euch einfach mal auf den Boden und lasst sie kommen. Aber dann freut euch nicht übermäßig und scheucht damit wieder euren ängstlichen Hund in eine Ecke, sondern lasst ihn einfach mal schnuppern. Schaut zu Boden, wenn ihr ein Problem damit habt, dass ihr euch ablenken müsst, wenn euer Hund kommt, ja, dann lest einfach irgendwas. Ja, macht euch Musik an, von mir aus auch auf die Ohren und lasst den Hund zu euch kommen. Er soll die Beziehung mit euch aufbauen und ihr könnt ihm dabei helfen, indem ihr in eurer positiven Energie bleibt. Wenn ihr es also schafft, dass euer Hund Schritt für Schritt immer mehr Vertrauen zu euch aufbaut, ja, dann könnt ihr euch auch immer weiter aus dem Fenster lehnen. Ihr könnt die Spaziergänge größer und neu gestalten. Ihr könnt im Haus euch immer freier bewegen. Ihr könnt immer mehr den Kontakt zu eurem Hund aufbauen und ihn auch anfassen. Es gibt auch Hunde, die lassen sich am Anfang ungerne anfassen. Ich habe jetzt gerade noch auf Mallorca eine Hündin kennengelernt, die mehrere Jahre in einem Haus lebte, was völlig, völlig unterwohnt war und die Hauseigentümer die Hunde in die Zimmer haben koten und urinieren lassen. Die Hunde waren sich letztendlich selbst überlassen und lebten in Zimmern. Katastrophale Zustände haben die Tierschützer dort vorgefunden und ich lernte genau eine Hündin aus so einem Haus kennen. Und sie lässt sich nicht mehr anfassen. Sie braucht jetzt einfach Zeit, um das Vertrauen aufzubauen. Wenn man sie berührt, fängt sie an zu zittern. Hier sollten wir nicht hingehen und dem Hund noch mal zusätzlich die Energie rüberschicken, indem wir sagen, oh du Arme, du hast so Schlimmes durchgemacht. Oh wei, oh wei, oh wei, jetzt müssen wir aber aufpassen. Ich fass dich, ich fass dich, also ich bin jetzt ganz, ganz, also merkt ihr, bitte nicht mit der Fürsorge übertreiben. Lasst diese Hunde erst mal ankommen und lasst sie zur Ruhe kommen. Und dann fangen sie an, sich zu entfalten. Bei ängstlichen Hunden gilt immer eins, ein anderer Hund kann dabei helfen, einen ängstlichen Hund souveräner zu machen. Aber passt auf, nicht, dass euer Hund sich dann nachhin von eurem frechen Hund die Eigenarten und die schlechten Eigenarten abguckt und ihr nachher zwei Hunde habt, die dann kläffend auf der Straße herumlaufen. Ängstliche Hunde brauchen souveräne Menschen und souveräne Hunde. Also, wenn ihr einen ängstlichen Hund bei euch zu Hause habt, verhaltet euch bitte normal und bezieht den Hund einfach mit in euer Alltagsleben ein. Das kann ihm helfen, dass er souveräner wird. Geht mit ihm auch zu einer Hundeschule, wo er lernen kann, mit anderen Menschen und mit anderen Hunden zusammen zu sein. Und macht es bitte Schritt für Schritt und Pfote für Pfote. Überfordert euch nicht und erwartet keine Wunder. Wenn Hunde traumatisiert sind, ja, dann haben sie einen Grund dafür. Und sie brauchen einfach eine gewisse Zeit. Also nicht sofort ungeduldig werden, wenn der Hund vielleicht mal in die Wohnung macht. Wenn der Hund zu viel Angst vor eurem Besuch zeigt. Seid geduldig, seid liebevoll und seid konsequent. Und wenn euer ängstlicher Hund dann irgendwann nach vorne geht und vielleicht euren Besuch eingrenzt, dann grenzt bitte auch euren Hund ein. Lasst bitte nicht zu, dass er sich in seiner Angst entfaltet und dann Eigenarten auslebt, die ihm nicht zustehen. Also ein ängstlicher Hund sollte nicht das Haus verteidigen. Es gibt Hundehalter, die sind froh, wenn ihr ängstlicher Hund anfängt, im Haus zu bellen, wenn er draußen irgendwas hört. Sie unterstützen dieses Verhalten sogar noch und sagen, ja super, jetzt wird er richtig selbstsicher. Und jetzt fördere ich ihn darin und sage, fein, super, aufgepasst. Ja, wer ist denn da draußen? Der Hund hat dann eine Aufgabe, die ihn völlig überfordert. Er ist unsicher und muss auch noch aufs Haus aufpassen und im schlimmsten Fall auf seinen Menschen. Das geht gar nicht. Also unsichere Hunde sollten sich entfalten können, sollten aber keine Verantwortung übernehmen müssen. Denkt da immer dran. Ihr seid die Lebensversicherung für euren Hund und euer Hund sollte sich an euch orientieren. Euer Angsthund kann nur souveräner werden, wenn ihr ihm die Möglichkeit dazu gebt. Ihr solltet ihn nicht in seinem ängstlichen Verhalten unterstützen, sondern ihr solltet in euch ruhen, in euch stark sein, in euch positiv sein und ihm der Weggefährte sein, den er braucht. Auch in brenzligen Situationen. Also bewahrt die Ruhe, wenn ihr einen Angsthund zu Hause habt. Macht es auch über Futter. Lasst ihn im schlimmsten Fall aus der Hand fressen, wenn er keinen Kontakt zu euch aufbauen möchte. Zwingt ihn aber nicht dazu. Und lasst nicht zu viele Köche an diesem Brei. Herum experimentieren. Versucht eurem Hund die Möglichkeit zu geben, wieder Vertrauen zum Menschen aufzubauen. Hunde können dabei sehr hilfreich sein. Vielleicht lasst ihr auch mal den Hund eures Freundes oder eurer besten Freundin zu euch kommen und dann unterhält man sich einfach mal über was anderes als über Hunde und lässt die Hunde mal machen. Wenn ihr einen souveränen Hund habt, ist das für einen Angsthund immer ein toller, unterstützender Begleiter. Ihr braucht Geduld und Ruhe und ein ganz normales Leben, damit euer Hund lernt, an eurer Seite stabiler, immer souveräner und glücklicher zu werden. Also wer einen Angsthund hat, sucht sich bitte professionelle Hilfe, bleibt selber in der Ruhe, in der Liebe, in der Ausgeglichenheit und bleibt immer konsequent. Denn euer Angsthund braucht euch in eurer positiven Stimmung. Und dann wird es immer einen guten Weg geben. Für jeden Angsthund gibt es immer den richtigen Menschen, der mit ihm gemeinsam diesen neuen, wundervollen Weg gehen kann. Also keine Angst vorm Angsthund.